so bevor man jetzt noch was sagt das ist einer dieser Clans die mit einem Dreizehner O530 vor einem stehen Ehm jedenfalls machen die das sehr oft und jetzt kann man mal sehen wie sie reagieren wenn sie auch mal zur Bow Spam werden ich glaube ich ich lass den namen leben der kann damit ein supporter weniger ich will auch umgeblieben doch der bogen die ganze zeit jetzt ach bitte ey du treffst grad nicht ne Tim? ey Tim auch grad nicht oh mein Gott das ist ja die Lodge Joes ich glaub dir Wot gleich bau das hier aber ich hab keine Böcke Tammel du stehst den Weg? bau dich safe kann halt nicht hochgehen weil der mich sofort wegwartet warte ich wurde ihn ne 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 dann ist das safe ms geht einfach hoch bau ist safe er hat keine Böcke geduchten ich bläcke du brauchst auch keine Böcke um da hochzukommen oh mein Gott was knapp ms gibt oder egal warte ihr geht zu zweit rauf bau pass auf wenn du jumpst du bist ne ich hab alles gleich auf nein nein war ja klar dass er mich in der Luft wurde wo hast du es denn gemacht? der bau dann komm hoch der wartet sich er hat null safe er baut ihm safe ne ich hab genug Blöcke ja muss ich Nick dann gleich machen warte ich muss meine Pizza holen wartet wir haben die auch gleich ein Steakblöcke wer der schießt sich jetzt hier schon an knick runter alter ne der schießt da nicht so durch glaub ich unter euch unter euch weh ich sterb beide das sind ein half und ein non das sind zwei das sind drei Leute was für ein half und ein non ja trotzdem ein half und ein non ja und der Rest ist ein half und non ecu glaub ich ja bei non ecu sogar bei non ecu hol die ne hast du ne hab ich schon da kommt noch eine Seite den anderen auch kommt den holen wir auch ey ey jetzt geht's take down ich mach das gut habt ihr alle ich hab gesagt wir äh ich ne ach der ist und auch ich okay rufe ich ok ja wo bist du? ne ne, 3 hits honig hat 3 hits, aber da kommt noch einer der hat auch noch einen hit auch noch einen hit, ok der ist low fettlin ist 1 hit warte, ja Moritz dieser honig ist auch relativ low ja, honig hat 4 Bowers eben erst bekommen ach du geh weg, Julio ach du geh weg ach du geh weg, ich steck dich hinterher wer will, gib Moritz, gib Moritz 1, 2, 2 ah, der hat noch 2, 3 hits ich mach 3, was ich jederzeit machen könnte hello er schreibt mal nicht die bauen kaum, aber das was sie bauen ist alles safe und das ist so bei 20 bis 15 das ist wirklich ein no shift ja und dann wir haben eh schon EP gekauft bin ich mir sicher immer irgend so ein Loch was nicht irgendwie weich bescheid jetzt kann ich unten eh gleich ja komm 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 was ist bei dir für ne Höhe hier kommt klar was ist bei dir für ne Höhe bei mir 100 äh 37 so jetzt soll das gehen hä nein bin ich nicht dann ädle den mal dann denken die dass du das nicht machst nein er schreibt so zehn mal ich wiederhole mich das ist die nach der saufmann alles kennt dieser win und dieser honig die gruppe mich nie an sieht bei mir so aus zünden die mich nie angucken beim händler egal wie er die ganze runde heult man kann man die deswegen die kühle denkt ihr man bekommt jetzt nicht wenn man gewinnt ich habe irgendwie das gefühl alter doch der krampe steht es auch nach dem cw wo man bekommt doch nur wenn man den ganzen ja aber warum ist es denn im cw format ich habe es bis zu tätig hast du die schaffe schon doch ich bin auch noch nicht gegen gut gemacht das kommt richtig gut ich liebe dich du kleiner schnucklase soll ich mit deutschland draufgehen nein das freut mich nicht wenn man aufkarte viel glück noch was ist dieser bedroom rechts da sicher ich könnte den besten probieren zu kriegen kriegst du nicht die kennt man ich wurde von 13 tagen gebannt ich habe wie das kaum mal tds und das ist eine drohung tds ja ich bin ich kann nie an den rand nie komme ich an den rand nie an jeden aber niemals an den ja weil der hat er hat er so was für nie wieder jetzt wird mich wieder der base ohne wird dieser fett länder der auch einfach dort ne ganze zeit noch umschreiben was ist rechts von mir aus dieser bedrock geht nicht ich weiß nicht wo du meinst ja Junge er kommt eben so weil ich mich wieder nur gesteckt hab und die genocht haben ja ich steh, Fatlin hat das Spiel verlassen, er ist aufeinander naja, sagt er dann wieder anders jetzt schau ich eh wieder nach ne ich muss jetzt kurz dings jetzt ja er ist eingebaut das soll ich denn schreiben gehen ja das ich wollte schreiben haben wir eine aber ich hab tds geschämt das ist ne drohung ich weiß nicht wieso nehm ich mir mal raus ja das war wieder da wird schon ja nick ich hab noch keine Schafe gemacht, da muss ziemlich viel drauf sein ja was ist dieses andere Loch, guck mal wo der jetzt hochspammt, was ist der Boden davon? ich weiß nicht ja aber wenn er mehr ist ja der ne deckt sich bis nach austria Dann nimm jetzt n Bau raus. Das hätt ich nicht erwartet aufs Spiel. Dann nimmst du da n Bau raus. Da drückt die E-Spec-Junge. Ja. Komm mal chest lieber zu. Und auch hier ein Leidemort. Endest du hier mit n Bau. Endest du hier mit n Bau. Ey was macht Sarok's Mod? Oh mein Gott da ist ja. Ja Sarok's Mod. Wir haben jetzt gar kein Gold ne. Wie viel Gold haben wir? 0. Ja wenn ich mir jetzt noch Stärke mache haben wir 0. Dann haben wir noch ein 1er und ein 13er Bau. Finn du kannst hier nicht hitboxen. Ist das so dumm? super erzählt boxen das geht nicht das ja gar keinen sinn machen meine wenn man die nicht hat und man das trotzdem schreibt wo es dann im chat steht jetzt kann ich mir den bogen wenigstens wollen aber ja aber das würde schön sollen aufpassen richtig stark dass du gekommen ist ich bin ich ja ja das wirklich einer star ja eben oben da was haben wir an ep stärker als was der was hatte der an was hat sie ihre ep 4 und ich habe einen kram für meinen arsch aber das ding ist das ja noch nicht erst wenn du bist du wir haben 14 schafft das habe ich jetzt die kürze eben drauf wir machen die scharfer und die erzielt im land ist noch am tja die schätze muss weggespringen im bleib mal in der base ich stehe hier ein stück auf und wenn er kommt ich gehe jetzt nicht daran mach du ja wo man nach vorne wahrscheinlich das das hier springen Ich soll die unten ran bauen? Ne, ne? Sorry. Essen, essen, essen. Hab ich nicht, hab ich nicht. Sorry. Hey, wo ist denn der Chip? Ja, der steht auf OP. Setz sie! Setz sie gleich. 3 hat sich kein Essen. Setz sie! Ich brauche mich an. Der kommt auf die Side-Base. HTC-Abgebot. Damit sie nicht hinten runterlaufen. Er ist eine EC dran, er ist eine EC dran. Wo ist der? Da, ne? Ja. Bis er hat deren EC, oder? Ja. Er nimmt alles aus der Chef. Wer denn? Wer denn? Hier vorne? Vettlinde, ne? Ja, ja. Lass dich rauf, warte noch mal. Der letzte Reck auf ihn jetzt. Komm. Nice. Rett eisig fett. Rett eisig fett. Alle down. Ich bin down. Ich hatte eh nur halbes. Ja, gold ist weg, gold ist weg, Leute. Gold ist weg, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Ich laufe gerade überall rum. Hä, oder ist die Chef weg? Oh, Rett eisig fett weg. Aber ich war halt down. Ich hatte kein Essen. Achtu, es kommt, Alter. Bei euch aufm Weg. SRFMS kriegst du die jetzt? Nein, kann er nicht. Ja, bin durchgepackt, oder? Kann er das Wettbewerb setzen? Denk egal. Achtu, er ist schicht, er ist schicht, er ist schicht. Er ist schicht, er ist schicht, er ist schicht. Ja, da war kein erst schicht. Es wird schicht gesagt, und der ist am Bett. Ja, die haben kein Gold mehr. Ja, einhundertprozentig war alles weg. Einhundertprozentig war alles weg. Einhundertprozentig. Ey, haben die noch nen Chester? Nein, da ist nur noch eine, die so am Villager ist, dass man die gar nicht öffnen kann. Also die nur hier steht. Ey, Dixer Dings war, Julian, haben die nen Chester in ihrer Base? Alles, ich spring da hin, warte, ich muss fliegen wie ein Gott. Ja, ja. Aber er hat ja davor die Chester aufgemacht, man hat ja gehört. Ich mach, warte, wer hat alles drei Hanisch? Nein, die haben nix mehr. Ich hab keinen, also nur eine Handbund. Alles drei, ein komplettes Gold Deck. Ja, ist auch so. Nice, das haben wir gut gemacht. Nein, passt auf, vielleicht... Nein, n-n. Geht nicht drauf, geht nicht drauf. Ey, geht drauf, geht drauf. Ich hätt fast Bett gehabt, Mann. Ich war im Bett eingebaut. Ich hab die so im Trap gehabt, aber ich konnte das Web nicht setzen, Mann. Ja, das geht genug. Blast drauf, oder? Ja, die sind down, nice, schön, Leute. Mein Gott, hab ich das Web gesetzt? Ah! Nein! Du rückest du nicht? Komm, ablenkend. Alter, ob lächerlich. Ab dir's? Ja, alle down. Nee, wir haben's nicht. Tschüss, tschüss. Ey, Alter, im wächst, Junge. Nein, weiter schön. Ja, ich mach hier weiter. Ja, ich hab schon später. Dieser Clan, man muss über Glecht-CW-Continue weitergeführt werden. Aha. Ah, ich muss? Ja, steht da. Also, können wir nicht fänden? Doch. Doch. Doch, aber wenn man dann weiterführt, muss man über Glecht-CW-CW-Continue machen. Morgen also. Ich will dir jetzt mal fänden lassen, lass das. Nein. Dann muss ich doch wieder...